Moin moin liebe Leute auf dem SchnuVlog-Kanal. Dadurch, dass ich mittlerweile jetzt Videos auf YouTube eher wieder in eine andere Richtung mache, sprich die Let's Plays nicht mehr machen werde, habe ich mich dazu entschieden, dass ich die Vlogs wieder zurück auf den Hauptkanal packe. Ganz einfach, weil da halt einfach mehr Leute sind und es vielleicht Leute interessiert, die gar nicht wussten, dass hier dieser Kanal existiert. Deswegen wird das hier das letzte Video auf diesem Kanal sein, der erste Vlog. Der eigentlich auf dem Kanal jetzt kommen würde, ist schon wieder auf dem anderen Kanal. Link zu meinem Hauptkanal ist sowieso immer unten in der Beschreibung drin. Und ich packe den Link für die nächste Folge auch direkt da rein. Ja, es geht einfach fließend da weiter. Es ändert sich im Prinzip gar nichts, nur dass der Kanal halt jetzt wieder der alte ist. Und ja, als Bonus gibt es dafür eine Überlänge-Folge. Yay! Naja, auf jeden Fall, vielen Dank fürs stetige Gucken. Ich hoffe, man sieht sich auf der anderen Seite, auf dem anderen Kanal, auf der anderen YouTube-Link-Seite genauso. Und ja, bis dahin. Tschüsschen. Tschüsschen. Tschüsschen.